im scheiß server nicht mehr ja einfach einfach auf dem desktop tappen und ausmachen das spiel das ist kein scheiß spiel ist mega gut mode das match level random ist ja egal vier spieler oder wir können auch sechs machen sondern also multiplayer ja kreate mode der live level render players vier limit 25 frech woher was kannst du das eigentlich ist alles vollkommen egal und dann gibst du dem und noch in raumnahmen oder hier fertig sind wir der Ich spiele Darkestand, dann spiele ich Darkestand. Oder Dispo of Mine. Ja, habe ich auch schon drüber nachgedacht. Ich brauche unbedingt mal Abwechslung von den ganzen Shootern und den ganzen Scheiß. Ich brauche mal wieder... Binding of Isaac! Hast du schon... Binding of Isaac ist ja auch ein bisschen shootig. Ach Quark, das ist richtig hier mit Streetcatch und so. Wie heißt denn der Raum? Also ich sehe nichts. Ne, ich sehe auch nichts. Hast du... Warte, fehlt das vielleicht noch bei Create? Ah hier, bei Privacy hast du Public listet. Jetzt wurscht, ich brauche nur den Namen von dem Raum, da kommen trotzdem rein. Ach so, wie heißt denn der Raum? Äh, zugeschickt. Wie hast du geschrieben? Jetzt. Was? Jetzt. Guck mal. Refresh, refresh, refresh. Mark the Gamer and Nerds Only. Hast du EU Amsterdam? Nee. Aber warum denn nicht? Machen nochmal EU Amsterdam, damit wir hier wenigstens europäischen zu erwarten. Entschuldigung. Hast du du Luxem? Ja, ja, habe ich nicht gesagt. Ich bin der Virus, ich weiß. Ja. EU Amsterdam. Ja, die Musik gefällt mir. Die Musik ist mega geil. Mach ich auf meiner Party an, auf meiner Einweihungsfeier. Richtig gut. Richtig gut. Wann machst du denn? Kann irgendwer auch spielen? Und dann hörst du plump plump. Oh, voll gut ey. Nehmen wir jetzt im Ernst, ey. Ja. Das ist geil gerade. Das ist richtig top. Stopp. Ich habe aber hier gerade ein Lead, das kenne ich schon. Das wirkt, äh, Cloud. Ja, ja, da sind einige Clouds. Ah, da Gumi. Also ich sehe immer noch nichts. Gumi. Joining Room. Ach da. Jetzt hau ich. Geil. Join. Scheiße, ich bin rot. Hau ab, Juga. Hau ab. Ich wollte ihn fangen. Ich habe keine Ahnung, wie man hier... Ja, einfach dann auch mit linker Maustaste, wenn du keinen Ball besitzt, dann drauf. Kann ich den Ball auch, äh, mit mehr Power schieben? Ja, einfach gedrückt halten. Ah, okay. Ah, du Penner! Achso, und fahrt mal nach vorne und drückt dann mal E, wenn ihr. Alter, du Arsch. Ja, Bichser. Alter, Alex, kannst du überhaupt spielen? Was? Wenn du dich so bewegst? Oder was? Ooooooh. Ooooooh. Hehehehe, Kenny, hehehe. Ooooooh. Hehehehe. Ja, ich würde fangen. Guck mal, wenn du das hier irgendwo rumgehst. Ooooooh. Ja, wenn du fängst, tötest du auch einen, ne? Dann ist der ja rausgedodged. Oh nein. Geil! Ich war gerade, ich war gerade so begeistert davon, dass ich Doppel-Klinge gemacht habe. Was jetzt? Sind eigentlich Power-Ups an? Ne, ne? Hast keine Power-Ups an. Ne. Ne. Das müssen wir auch noch machen. Unbedingt mit Power-Ups. Ja, du kannst gar nicht grinst du. Wieso? Ich dachte, ich mach mal, du möchtest trinken mit Bundle spielen und so. Ah! Was willst du denn? Was willst du denn? Du Dappen. Wowoho. Mein Ball. Nein! Oh Mann, ey. Oh Gott, find ich gut. Nein! 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 Das gibt's doch nicht. Noiiiiin! Warum krieg' ich den denn nicht? Jaa... Jaaaaa Ua.. Alter. Was bist du, hä? Wo bist du? Ich häng Jae. Geil. Warte, ich helfe dir keine! Ich helfe dir. Nein, ich bin schon weg. Keine Fanik. Ich bin gerade über einen Ball gefahren und gesprungen dadurch. Ah! Geh! Ich bin ein Mann. Oh die Gummis. Ohhhh. Der käme. Oh, oh. Gib's ihm Gummis, gib's ihm. Ich geh dahinter. Los. Geh's ihm, geh's ihm. Oh nein. Oh nein. Er hat ihn gefangen. Er hat ihn gefangen. Der, der ist ja richtig hässlich, der Kerl. Wie verhängt man den Abit auf dem Auto oder was? Auf der Beifahrt und dann hinstecken. Also wenn der vor dir ist, ist es echt schwer, den sich zu kommen. Oh, Kerl. Schön. Auf beiden Seiten haben wir ihn penetriert. Okay, Ali. Jetzt ist Kenny dran. Okay, warte, warte. Oh, Kenny hat den Ball. Oh, was? Kam der von hinten? Nein, du hast ihn gefangen schon wieder, du Benner. Ne, ich weiß nicht, es geht. Wie macht denn der das? Oh. War auch vorbei, sie hat ihn schön in die Fresserei gefangen. Geil, ich bin warte schön. Warte, ich geh... Oh, scho. Kleines, dreckiges. Also Kenny, Kenny weicht aus und fängt ihn dann seitwärts oder irgendwie so. Ah, irgendwie so. Du musst nur im richtigen Moment drücken. Ah! Aber komm, das ist doch geil, oder nicht? Ja. Ich hab das mega abgefeiert, als ich das entdeckte. Du hast ein scheiß Schild. Du bist nicht gestorben, weil du Schild hast. Was? Ja, am Anfang, wenn man rauskommt. Habt ihr das gesehen? Nein, das hat nur Kenny gesehen. Ja, ich kann ihn nicht fangen. Wie ich mit meinem Ball gerade Kennys Ball abgewehrt habe. Ach, Alter, er ist zu gut für mich. Man nennt ihn auch den Vernichter. Oh! Ja, skellig, skellig. Nein! Alter, du hast ein 5er-Streak kaputt gemacht, du Hund. Alter, komm, komm, schau an mir. Wo bin ich? Ja, nein, der ist ja- Nein! Wie geht das? Warum kann der die immer catchen? Ah! Ich will das auch können. Und ich hab das Spiel schon länger gespielt, als der Kenny. Wie? Nein! Er hat schon wieder gecatcht, er ist so knallerhaft, Tendi kann ich werfen aber fangen oder was? Ja. Ach schön. Ja f*** dich doch! Von der Seite, gemeinhalt! Alex, wir müssen im Team arbeiten. Im Team! Hä, den habe ich weggeschlagen aber nicht gefangen. Geht auch links mich. Kleiner, festiger. Ja, das sollte sich. Komm her, komm her! Was ist jetzt denn? Nein, du hast ein Schild. Hä, bin ich wirklich. Hä, was soll denn das jetzt gerade? Was soll das, was soll das, Eli, du verarschst mich doch! Oh, war der gut! Kann ich hier auch Leute wegschlagen? Oh, geil! Geil! Schön, ich habe ihn schön weggedutscht. Was, 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 hä? Bam, Junge! Alter! Der hat auch gecatcht! Das stimmt mit ihm nicht! Wo ist Kenny? Wo ist Kenny? Da ist Kenny! Ah, f***! Hä, Kenny ist gerade geleckt! Kenny, das ist unfair! Ja, ja! Du bist gerade um ne Ecke geleckt! Ja, ey! Also, nee! Also, nee! Der hat Gummikern gar nichts! Nee! Der hat schon wieder gecatcht! Verpiss dich! Das ist zu hoch für mich! Naaaah! Ich will das auch können! Guck mal! Die haben aufgeholt mit ihrem Catchen! Selbst der Heli fängt jetzt schon die Bälle! Was soll denn das? Hä? Guck mal hier! Er wartet doch! Er wartet doch! Guck dir an! Die kleine Bitch! Ja! Fabio! Ja! Anders ging's ja nicht, wenn du mir über Lea kommst! Das ist wie Messern! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Aber, wie ist denn wohl kühlt das Spiel bei mir? Ja, bei mir auch! Also, bei mir läuft das Butterweich! Okay! Yes! Oh, das war auch ein lahmer Ball! Na? Na, immer noch Schild! Das kann nicht wahr sein! Ich hab ihn getroffen und da kommt gleich Schild! Vielleicht soll ich mal anfangen, die Bälle auszufassen! Aaaaaah! Du Blö... Was, deine Mutter! Haha! Deine Mutter! Alter! Ich muss da noch ein bisschen was an der Graphic fixen! Ahahaha! Ah, ein Dreckser! Pricochet! Oh! 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 Ich bin ein Opfer! Der hat immer noch Schild! BAM! Alter! Oh! Oh! Hey, hier! Macht nochmal ein bisschen was an eurer Graphic oder so! Und Tilly, mach mal... Mach mal... Ähm... Items mit rein! Machen wir Items mit rein? Ja, dann müssen wir doch mal raus! Hahaha! Oh nein! Hast du den Raum jetzt schon geschlossen, du Hund? Äh... Weil jetzt sind wir alle noch drinne! Ne, ich mach einfach ein neuer, oder? Ja, mal ein neuer! Hörn wir alle die gleiche Mucke? Eigentlich? Keine Ahnung! Bei dem Lied hier wird jetzt gerade so geklatscht... Ah, jetzt läuft mein Spiel auch mutterweich! Woran lag's? Äh... Die... Äh... Sag schon... Die Partikel und alles von dem Spiel sind noch nicht so... Du musst auch... Mach auf jeden Fall diese Glow Scheiße raus! Ja, ja! Das ist ganz wichtig! Midair! So, dann lassen wir raus Gummi! Ja! Gold Player! Gummi 1! Gummi 1! Alles klar! Aber wenn der Server immer noch steht, dann ist es nicht äh... leitungsabhängig! Er geht ja schon los, Hilly tötet schon! Aber... Alter! Was ist denn das Spiel? Ist das so? Ah, fuck! Wieder gegen die... Ah! Oh! Habt ihr mal nach unten geguckt auf euer Rad? Oh, Mann! Oh! 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 Double Kill! Gute Warte ist teuer, he! Hehehehe! Lacka, eh! Den... Elendigen Lacka! Woah! Alter, hab ich den gerade das Ding gerettet? Du bist so hässlich! Hässlicher Kerl! Hä? Was war das denn gerade? Ich hab irgendein Item aufgesammelt und du tötest mich! Was stimmt nicht mit dir? Hurensohn! Hurensohn! Oh! Hurensohn! Hurensohn! Schieß da rein! Oh! Oh! Was geht's? Ich bin schon mal ausgeladen! Gott sei Dank! Ja! Ich bin schon mal ausgeladen! Oh! Oh! Hurensohn! Oh! Hurensohn! Warchen! Du cuse das! Hurt! 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 Furt! Wo er hinkt fest, ja. Also das ist ein freches Spiel. Was, 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 was? Alter Gummi, das war so geil. Du hast den ersten geworfen und mein zweiter Ball, den hast du sofort gefangen. Den hab ich dir zugeworfen. Oh nein. Ach, du ahnst es nicht. Wir müssen auch noch Fußball spielen unbedingt. Das noch? Es gibt hier einen Fußball-Modus. Oder Basketball-Modus, irgendwie sowas. Ah, das ist eine kleine Schlappe. Ah, findest du geil, findest du geil. Du kleines, kleines Dreckiges. Boah. Du Mist, ja. Ah, das ist ein Early-Access-Spiel, ey. Dass man gerne Geld ausgibt. Er pfeift vorher auch noch so richtig hässlich, weißt du? Oh! Oh! Milder. Man kann mit dem Ball abwehren? Ist das richtig? Ja, ja, ja. Wenn du den Ball in die Richtung hältst, kannst du abwehren. Geil. Aber das klappt. Das klappt ganz beschissen. Gott sei Dank. Den Ball hier wegpacken, damit Gumm... Äh... ...kenn ich ihn nicht krieg... Ah, du Penner! Du blöde Sau! Nein, Gummim, ich bleibste steh! Nein! Alter! Mid-Air! Oder was war das? Mid-Air! Was war das denn? Hab ich gefangen! Ich stelle vor, die Lens hat's dir gar nicht gefangen. Ja, ich hab'n gefangen! Ha! Nein! Wie lange hast du noch Schild? Wie lange hast du noch Schild? Du Penner! Diese Schild-Scheiße! Ja, du geh doch vom Spawn weg, Mann! Ja, nee. Ich verfolge dich. Ist das hier ein Laser-Ball? Schatzfreier... Okay. Alles klar! Weiß Bescheid! Gib mir den Ball! Gib mir den Ball! Äh! Warm, Junge! Warm, Junge! Was? Von hinten... Ah, du Penner! Ich hasse dich! Du altes Sammel! Asozial, er ist so asozial. Was denn? Er ist einer der asozialsten Menschen, die... Wie kann er denn nur so viele Bälle sammeln? Denai! Ha! Ha! Ah, nee. Lieber wieder weg vom Spawn. Oh! Ha! Grat, Schirmt! Och, Pisser! Achso, noch was. Das habe ich vergessen zu sagen. Wenn man irgendwie rechte Maustaste gedrückt hält, weil ich weiß nicht, wie das funktioniert, dann kann man auch irgendwie sliden. Achso! Das ist ein Schatz. Ja, aber... Hahaha! Was? Fick dich! Wie ging das denn? Der war doch riesengroß, den kann man nicht fangen! Ich habe ihn gefangen! Klein Bitches. Klein abgefuckten Bitches. Krichelt beide. Komm, 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 komm! Nein, 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 nein. Nein, bin ich! Ich habe ... Ja! Oh Gott! Nein! Nein, nein, nein! Oh Gummi, wir verkacken. Wir müssen uns, wir müssen jetzt zusammenspielen, Digga. Zusammenspiel, zusammenspielen. Nein, 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 treffe nicht so so Glückssache, scheiße, Alter, wie schnell er denn, du bist so der Hund, Alter, Alter, Alex, ja, wir verkacken mal, zweimal, zweimal, Alex, catchen, Alter, Kenny, 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 komm mal klar, ich kann spielen, ich kann spielen, nein, alter, Kenny hat uns alt aussehen lassen, die Mucke ist doch geil, oder? Oha, Alex, ein, zwei Attacke, Flip 6, 3er Loch, los, ey, ich hab ihn, ich hab doch gedrückt, was soll denn das? Oha, wir werden vorgeführt, Alex. Uh, und das? Ja, mit dem Schild, abgeblockt. Das kann nicht sein, du gehst mir so auf den Sack, Mann, du bist die letzte Nutte hier auf diesem Planeten. Oha, Gott, ey. WTF? Hilly ist hinter dir, er macht ihn tot! Ich hab ein bumerang Ey den tötet keiner Okay gut Wie konnte Healy den kriegen Ich raste aus bei dem Spiel Echt das Spiel macht mich körre Das ist Quake of Xtasy Das ist Quake of Xtasy Oh man Quake of Xtasy Quake of Xtasy Alter, ich kann kein Ball mehr, das ist unfair. Ja, danke, den wollte ich nicht. Damit man Leute nicht so kurz schlagen kann, weißt du? Ah, du blöde Schlamm! Sehr geil, sehr geil! Schild? Dein Ernst? Schild? Ja, er arbeitet bei Schild. Ich will in Jahren bleiben dieses Verkacktschilder. Sobald du, glaube ich, einen Ball oder irgendwas aufgesammelt hast, ist es, glaube ich, Feierabend. War jetzt schon scheiße. Blöder Gummi nix. Ich bin noch ne... Ich verstehe das mit dem Catchen nicht. Das kotzt mich an. Der macht mich fertig. Ich habe ihn zurückgeschlagen. Schnell Gummi, gib mir einen Ball! Gib mir einen Ball! Danke! Nein! W-w-w-w-w-w-w! Wat? Alter! Die machen uns so lang. Gummi, wo sind unsere Counter-Strike-Skates? Guck mal, das sind die Counter-Strike-Noobs vor uns. Wo? Ja, hier, da ist der Virus 30 im Loch. Virus 30? Schade! Schade! Dog hunt! Uah! Ja, schade! Immer noch Schild, oder was? Du darfst nicht zu nah an seine Base kommen. Schade! 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 Das ist doch scheiße! Er lügt! Schade! 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 und dann dir noch was glauben. In den Rücken! Und jetzt ihm auch noch! Weiter, weiter, weiter. Wir müssen auf Position. Schön wieder auf Position zurück und aufs Gegnerteam warten. Oh! Wie hart er ist, ne? Nein! Wie hart sie sind! Was soll denn das? Ich spring einfach in unsere Base und kille mich. Du! Kack, Noobs! Ah, komm runter, komm runter! Penner! Nein, nein! Du bist jetzt Level 10! Zurück, Alex, zurück! Er springt schon, er fliegt schon! Den gebe ich in der Luft! Alter, ich hab's ihn echt in der Luft gegeben! Der hatte Schild! Ja, ich hab's ihm ordentlich besorgt! Ja, ich hab's ihm ordentlich besorgt! Ja, ja, ihr Pipi! Ja, der kann gar nichts! Komm, Gummi, wir spielen jetzt Cowboy und Indiana. Oh, schön! Los, schnell wieder zurück! Okay! Okay! Ich hab Jetpack, Baby! Ich hab Jetpack! Dann musst du voll abfliegen! Wo sind die beiden? Ich hab's nicht gesehen! Ah! Pum! Kleines, gieriges Etwas! Ach komm, hör doch auf, Billy! Ach Alex, Mensch! Ey! Jetzt mach aber auch mal was! Jetzt fängt auch noch an, der Billy an, hier abzugehen! Was stimmt denn mit ihm nicht? Ach, die Scheiße! Ich hab' den Gewinn! Ja! Ich stehe da nur mit mir! Wie ein Feuer, vor, 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 Feuerball! Wie ein Feuer, vor, 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 Feuerball! Oh! Wow! Ach komm! Warum kann ich jetzt nur Gummi zugucken? Hatta bin ich wieder. Huh! Hallo! Ey! Sehr schön. Hab ich ihn gesehen? Nein! Das geht nicht zu schnell. Das Alter, Willi. Das Alter. Weil der Gummi kommt immer von hinten. Wie immer. Wie wahre Leber. Du kennst doch, du weißt, ob mein Lieblingsspiel ist. 7-2-1! Was?! Geil, Philipp! Das war geil! Ich dachte, was guckt der mich denn so blöd an? Wie funktioniert hat. Ach, Hammer! Hartzwer! Ach bitte! Nein! Was war denn das bitte gerade, Kenny? Einfach so um die Telefonzelle fahren die ganze Zeit. Einfach so um die Telefonzelle fahren die ganze Zeit. Ja! Kenny kommt von oben! Oh ja! Dank! Hast du es ihm gegeben, hast du es ihm gegeben? Nein! Oh, ich halte die Hände im Auge! Alex! Die holt du wieder auf! Alter, Alex! Ich hab auch gerade echt Angst. Ah! Das ist gut gemacht! Kenny, schön! Oh, das gibt es nicht! Was, 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 was? Gib mir einen Ball! Ich hab ihn! Oh, du Penner! Komm, noch ein Kill! Ah, entschuldige, ist ja ein Kindersammenspiel. Ein K.O. Nein! Hat er fein gemacht! Hat er fein gemacht! So, jetzt mal gucken, ob der Vote für die nächste Runde jetzt kommt. Most K.O.s. Winning K.O. Was willst du mehr? Ja! Guckt euch oben die Tore an. Es gibt einen goldenen Ball. Ach so. Ihr müsst einfach so einen goldenen Ball in die Mitte reinbringen. Okay, Gummi, und du musst gleich das blaue Tor auf. Ich geb dir Rückendeckung. Wo ist der Hässliche? Ich hab ihn! Okay. Bist du schon irgendwo oben? Oh! Ich bin nicht oben! Hilly hat ihn! Töte Hilly! Nein! Nein! Nicht durchs X! Von der anderen Seite! Von hinten! Ach so! Toll! Ich hab von vorne drauf geschossen. Da hätten wir ja schon einen Punkt gehabt. Ja, da hätten wir schon einen Punkt. Nein! Ich wollt gar nicht! Alter! Hilly auf! Ja! Alter! Los! Los! Droff! 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 Wo ist der Ball? Da ist der Ball! Ich krieg ihn! Nein! Ich krieg ihn! Nein! Ich hab ihn falsch geschickt! Ich auch! Na Mann! Jetzt geht's ab! Alter, was? 25 Punkte? Oh, das wird übel! Hässlich! Für die beiden! Ich hab keinen Ball! Ich hab keinen Ball! Ich hab keinen Ball! Nein! 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 Hier! Äh! Gummifahr doch mal Richtung Tor! Dann kann ich ihn dir doch einfach zuspielen! Äh! Kann doch nicht! Nein! Ich hing fest am Rahmen! Er litt von vorne! Und ihn denn da? Ja, ich hab grad was versucht! Ja! Ich hab ihn! Hey, ich versuche jetzt nochmal was! Alter! Hast du das gesehen? Das funktioniert wahrscheinlich! Ich hab ihn! Ich hab ihn Ali! Ich hab ihn! Spiel her, Spiel her! Ja! Oh Gott! Ach kälisch! Ja! Ich versuche alles! Sind ja nur 25 Tore die will brauchen! Nein! Okay, jetzt geht's ab, Alter. Alex, du bist so schlecht. Du bist der schlechteste Torwart der Welt. Warum nicht Torwart? Hä, wo ist der Ball hin? Ah, ich hab ihn! Wo ist er? Da links, da links, da links! Ich hab ihn hinterher. Hinten! Ja, los, los, los! Oh, was los denn? Ich bin über dir! Oh, dann nehm ich ihn dir! Wo ist er? Oh, komm! Gumi! Ey, ich hab ihn dir doch hingeworfen! Ja, Billy hat mich aber gekriegt! Nein! Okay, Gumi, wir müssen wirklich mehr so wie Handball, weißt du? Alles klar, alles klar, alles klar! Auf, die können nix! Eine hab ich, eine hab ich! Lauf durch, Junge, lauf! Ja! Oh, ehrlich! Wo ist er? Oh nein! Aber das ist ein geiler Modus! Die kommen, Alex, die kommen! Ja, ja! Hab ihn eine verpoolt! Ich hab ihn nicht gezählt! Schön Bande gespielt! Ich hab dich gedeckt! Ich hab dich gedeckt! Lauf! Weil kommt erst! Hast du das gesehen?! Ohhhh! Wow, wow, wow! Versuch's auch nochmal von unten! Oh, schade! Ich dachte, ich könnte mit Bande spielen! Ging bei 7 zu 1 auch, ne? Mit Bande! Ohhhh! Lass den scheiß Ball liegen, du Penner! Äh, lass mich beleidigen! Nein, das klappt nicht immer! Ohhhh! Ohhhh! Alex, ich halte dir den Rücken frei! Ja, ja, ich hab doch schon Toren! Ich halte dir trotzdem den Rücken frei! Ich halte dir 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 den Rücken frei! Das hast du bei der alten auch gesagt, ne? Keine Sorge, nur ich bin hinter dir! Hau an! Äh, die haben den Ball! Unglaublich! Äh, die haben den Ball! Hau an! Hau an! Gummi, bist du drüben! Ich bin, ja! Los, zieh, zieh rüber, zieh rüber! Yes! Los, und rein das Ding! 7 zu 1! Ich hab gegen die Party gespielt! Nein! Alter, du Kreuzer! Scheiße! Wow! Scheiße! Nein, Kenny! Gib den Ball! Nein! Oh nein, 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 nein! Die machen ein Tor! Die machen ein Tor! Oh! Keine 7 zu 1, Gummi! Wir haben verkackt! Wo ist der Ball? Ach da! Ach, leckt mich, Kenny! Kleines, hässliches... Die ist echt schwer manchmal! Ja! Die ist echt schwer manchmal! Ja! 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 Ich hab's raus! Ich weiß mit welcher Geschwindigkeit der Ball voll abgehen! Oh, das war zu hoch, hä? Alter, Kenny, du hast mich... Oh! Erst rettest du mich und dann killst du mich! Du bist richtig schwein! Oh! Ihr Nappe! Weißt du, wenn's wieder um Competition geht, da könnt er nix! Pff! Ich war schon immer so bei ihm blöd! Hahaha! Let's go! Boah! Boah! Shield! Ah! Midair! Here we go! Oh, immer noch Shield! Alter, daneben! Ich hatte, dass man hier keine so wegschubsen kann, Leute! Ne! Was? 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 Nein! Oh! Was? Was! Was? 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 Von? Pena! Oh Mann ey! Ich weiß, wie ich hier stehe. Ah! 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 Guck mir, du Schlampe! Du Alic! Voll zack! Ah Alex, du hast... Ich hätte es dir einfach verliehen. Ah Mann! Nein! Nein! Oh, ich hab... Ich hab in Liebe den goldenen Ball abgemacht! Ja, das kann man ja machen. Ja, aber ich hab nicht getroffen. Wo ist der Ball hin? Den hat Kenny vorne auf unserer Seite. Oh nein! Da ist der goldene Ball! Los, der goldene Schnatz! Oh, wo war der denn her? Oh nein! Na, Billy kriegt's schon ein Epileppi oder was los? Jaaa! Absolut! Oh! Fick dich! Hihihihi! Wir müssen den goldenen Schnatz kriegen! Jaaa! Hör doch auf ey! Billy ist abschieden! Alter, ist das grad an Kennys Arsch vorbeigeschossen? Das ist... das ist too much hier für mich. Alter, wie er den aus der... Luft geklaut hat! Jetzt drehen sie auf! Jetzt! Sie drehen auf! Der Ball hängt oben! Ich... Ey! Ehh! 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 Ich denk nicht BabyGill. Wo bist du? Ach du bist du da vorne? Jaja, der Ball kommt schon wieder! Ich wollte... Ah! Nein, der ist schon... Ey, der hat immer noch Schild! Aber ich hab nicht rein gemacht. Oh, er ist so behebt. Oh nein. Finde dich toll, find dich toll. Ja. Kleiner, kleiner. Du findest dich toll, ja Mann. Ah. Du findest dich toll, ja Mann. Du findest dich toll, ja Mann. Nein, ich wollt grad springen. Penner. Ich kann mir das auch richtig gut in der ESL vorstellen, das Spiel. Boom, Junge. Und gleich weiter, Alex. Gleich weiter, komm du, komm du, Baby. Hab dich nicht zu. Aber immer noch nicht gescored. Also da muss der Winkel schon passen, ey. Ach, bitte. Ehrlich, jetzt. Er kommt hoch. Wir müssen ihn abwehren. Ich hab ihn. Gummi, ich bin drüben. Die schießen auf dich, die sind verrückt. Ah, ich wollt grad... Du versuchst immer zu springen, du brauchst nicht springen. Einfach nur werfen lassen. Ist mir scheißegal, das sind Sky-Punkte. No. Boah. Die Dinger müssen auch gut aussehen. Aha. Also meinst du so schön dunking-mäßig, ja? Ja. So. Boom. NBA Jam. Drei Saltos. Wieso ziehst du einfach den goldenen Ball hier rüber? Ist der behindert? Wo ist er? Wo ist der goldene Ball? Rechts, rechts, rechts. Was? Noooo. Was? Der der ist auch vorbei. Alter, der kommt... Alter! Was machst du den ganzen Tag? Du läufst neben ihm her und lässt mich killen. Du bist so richtig asozial. Alter Kenny, warte mal kurz, warte mal kurz Kenny. Warte mal kurz. Den trick kennt keiner. Gut, ne? Alter, hinten ist da ein Bild drauf. Ja. Ja, ich hab da auch ein Bild drauf. Ist ja geil. Du hast das Bild von Steam. Das ist ja Hammer. Ja, du kannst aber auch das Bild... Ah, hier hängt wiederum fest. Du kannst das Bild wieder aus der Impulsgruppe oder sowas nehmen. Warte, ich schieße. So. Scheiße. Wir müssen den Ball da raus. Aber der fällt irgendwann von alleine runter, glaube ich. Wir müssen den Ball da raus kriegen. Ja, okay. Oh, schluck. Alles klar, den mach ich fertig nicht. Den geh ich nicht fertig nicht. Na? Scheiße. Oh, das war der Fallschirr. Abgewehrt. Im Körper. Ahhhh. Ferien, du hast zwei Tore, ja? Und hast so ne große Fresse. Du bist wie Brasilien. Digga. Guck mal auf meine Kills. Wer ist denn hier der Grund, warum du so viele Tore machst? Kleiner. Oh nein, nein, nein. Das war Latte. Oh, der ist so hässlich. Blöde Sau. Oh Mann, ich treff den Billy einfach nicht. Der ist On-Payer, Alter. Ich hab doch abgewehrt. Ach so. Ja, scheiße. Feuerbälle kannst du nicht blocken, ne? Die gehen einfach mal scheiße rein. Ahhhh. Ich hab die ganze Zeit gewartet, dass Kitty rumkommt, ey. Oh, bitte. Mach die Feuer scheiße laut. Billy ist langsam mal gut, ne? Er übertreibt, ne? Er übertreibt. Nein! Gott, des Willens. Neun Kills hintereinander hat der gemacht. Nein! Nur, dass du... Dich... Diese Feuer scheiße. Der kommt... Der kommt langsam rein, der Junge. Von der Seite. Hinein. Auf dich. Wo ist denn der... Wo ist der goldene Schnatz? Ah. Der goldene Schnatz. D9. Hä? Ich bin rausgeflogen. Was? Ja, ich komme aber wieder. Ja, bitte. Ready. Alles klar, ich bin wieder da, Ali. Ich fang wieder bei 0-0 an. Der perfekten Jahr ist wie vorher, bevor du rausgeflogen bist. Ach, schade. Na ja, klar. Kleine Klappe. Oh, ich habe gecheatet. Boah. Komm, Gummi, noch 5 Tore. Boah. Bein, halt. Fresse, nein. Scheiße. Gummi räumt auch, das ist gut. Boah. Boah. Na ja, ist klar. Guck mal. Ja, ja. Oh, schon wieder, ey. Ich komme nicht mehr als 5. Also, das kriege ich nicht hin. Jedes Mal werde ich dann getötet. Ich habe den Schnatz, lasst mich durch. Ich bin Schnatzträger. Ich bin Schnatzträger. Neiiiiiiiiiiiin. Was? Was? Ich hätte sie, ich... Was? 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 Ich glaub nicht, ich bin ein Keulenballer oder? Fast gut. Ja, ja, hab ich gesehen. Das wären die übelste Style-Punkte gewesen. Oh Mann ey! Kleiner, kleiner Bisskerk. Komm hierher mit der Kiste. Au. Ohohohoho. Lass ich mich catchen. Nein! Was, was, was? Dich oder das Turm? Dich oder das Turm? Wer weiß, wer weiß, wer weiß, was passiert. Das passiert. Ali, das war so geil. Das war richtig mies. Ich hab für den Blick, den Blick geteilt. Ja. Hast du mal beim Roboter gesehen, ne? Oh shit. Cool! Oh. Alles klar. Alles klar. Ich merke, das blaue Team hat nicht mehr so viel Spaß. Oh, bitte! Hä? Das blaue Team geht nur für Kids. Weg! Ah, Hilly! Hau an, Junge! Oh, ich bin da. Ah, ich bin da. Das ist gerade halt. Oh ja, das ist genau mein Ding. Und! Nein! 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 Zu siegessicher! Kack, Loob! Kack, Loob! Ah! Hau an! Hau an! Hau an! Hau an! Wollen wir noch einen Skript? Mann, ich bin da so ein bisschen aufgestritten. Weil der Kelly sich nicht aufgestritten hat. Was kommt jetzt? Warte, 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 warte. Ich wollte einen anderen Spielmodus. Grand Prix, Race, Checkpoints. Super Bowl, man. Oh. Oh ja, das ist cool. Ähm, Super Bowl. So. Aber da weiß ich nicht, wie viele Punkte. Ich glaube, da sollte man mehr Punkte einstellen. Oh, Schlumpel, das 200 da. Vote. Ah, ah, du kleines Miststück. Ja, gib mir den Ball. Ah. Oh. Oh. Alter, Billy, da bist du aber knapp an meinem Ball vorbei. Oh. Oh. Gummi, mach ein Tor. Ich versuch's doch, Baby. Was ist denn los? Ah. Alter, der kann gar nix. Ohohoho, scheiße. Alter, grandios. Über Kennys Kopf wäre von 10 Kilometer nach oben geflogen. Was, was willst du, hä? Oh. Was, was, was ist das? Welches Team sind wir? Wo müssen wir rein? Ins Blaue. Oh, fuck. Hinter dir. Hinter dir, Ali. Wo ist der Ball? Wo ist der Ball? Was? Was ist mit dem Ball los? Ich hab dich, Baby. Ich hab dich, Baby. Ich hab dich. Von's. Fotze. Ah. Jetzt legen sie los. Oh, Gott. So blöd sind die so schlecht. Ich bin angefahren. Ich bin angefahren. Oh. 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 hier macht man aber schnell punkte die haben den eigentlichen spielsinn hier vergessen und wollen nur noch dich okay das machst du richtig ich bin eher ein danker und ich bin dankbar er hat die pille er hat sie jetzt was jetzt Alex alter ist hinter mir ich muss jetzt ein kleines wegiges Miststück die pille was du arbeitest für marvel alter komm 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 auch bitte um den pillar zu spielen du tatsch meintrala la 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 Alex nein guck mal der kann noch nix das war der goldene scheiße wieder der goldene schnatz geworfen wo ist der schnatz da kommt der schnatz deck mich deck mich deck mich ich versuch's doch ja klar ich hab dich baby ich hab dich boom 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 mach die shotgun ich hab dich baby alter dich nicht kleiner dich nicht kleiner mach weiter mein jung ich dachte du deckst mich was los mit dir ich bin schon auf feier du hast mir gerade den ball aus der hand geklaut wie geht das ich hab dir keinen ball aus der hand geklaut habe ich doch habe ich geworfen habe ich also dann habe ich ihn in der luft geklaut ja ja du bist richtig hässlich ne wirft er mich mit gold in den schnatz ab nee hat er nicht gedacht scheiß drauf ey was ein geiles spiel ich steh auf den scheiß ja mir gefällts auch ey das in der ESL ne dann sind wir beste dodgeballmannschaft Deutschlands ja töd den Ball töd den Ball hahaha dheheheheheh bald her weil du die gegensal die schieße ja GUMMI wir haben 13 Tore ne GUMMI wir haben 13 Tore GUMMI wir haben 13 Tore vom fünfundzwanzig Ich weiß, wie viele du gemacht hast. Oh, bitte! Ah, mein Gott! Nein! Oh, sehr schön, sehr schön. Gib rüber! Gib her! Gib her! Oh, schau es! Hier! Wo ist er? Nein, kann ich nicht! Jetzt hab ich... Oh! Oh! Ja, du hast mit 100% geworfen. Dann musst du ihn locker werfen. Mit dir kann keiner spielen, Alter. Ich kaufe mir 10 Euro, du. 10 Euro, so was. Wisch. Wieso schlubst du den nicht, sag mal? Redest du mit mir? Redest du mit mir? Geh, weg, weg. Hö! Ah, Mann! Alter, der hat immer nur geschehen! Cutloop, cutloop! Oh, du! Denny, was ist los mit dir? Taps! Oh! Ich fliege aufs Bildschirm! Nein! Oh! 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 Den hab ich gerade nur geschlagen! da ignoriert er mich einfach was ist mit dir alter man kann sich gegenseitig oben werfen wenn ich gegen alex fahre fliege ich nach oben das ist ja der oberhammer ei 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 gott bin ich schlecht dreimal daneben geworfen guck mir ich finde den rest machst du jetzt alleine ich hab's probiert aber ich konnte nur einen aufhalten wir haben mehr spaß daran nicht zu töten als anstatt dora zu machen bei uns war deathmatch besser als in uns er habe ich doch noch weggeschossen ja und vergiss es kenny vergiss es aber ist kenny jetzt streng dich doch einmal auf streng mich doch an du merkst du merkst du merkst wenn kenny sich anspricht weil er nicht mehr redet ja ja der ist ganz still ein kleines mistviech von hinten er hat mich angefangen immer wenn ich der hochfliege oh billi war in der wand gerade verschwunden der cheater los gummi kill ja jubel ey du hast meinen ball abgefangen gehund ja wolltest den ball haben wa ist aber quatsch komm noch eins wieso fliege ich denn immer so hoch was soll denn das warum fliegt er denn eigentlich immer so hoch dennny ist erzört hä stocker lass dir fall ruhe hua hua scheiße nein der ball ist oben komm wieder runter kennny hat ihn die wollen es nochmal spannend machen das wagst du nicht ich kann nicht zielen so schlecht wie drei die schlecht sind ich kann nicht zielen und wieso bin ich denn schon wieder in der luft haaa oh komm schon letztes tor das kann doch nicht so schwer sein forgive it oh das gibt's doch gar nicht ich weiß nicht ich weiß nicht einfach den goldenen schnatz darüber los rein damit nein war mir zu lang gewartet haaa haa neiii o 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 Ach schön. Jaaa! Nein, Junge! Boah, Alter, tut mir der Arm weh, Alter. Warum? Weil ich hier voll auf die Tasten rumhämmer. Ich geb mir voll Gas. Mir tut auch der rechte Arm von der Maus so weh. Nee, mir von der B, A, S, D, weißt du? Ja, jetzt geht's darum, den Ball zu halten. Und welches Team den Ball länger hält, kriegt Punkte. Wenn du den Ball hast, ne? Warte, lass mich durch. Oh, jetzt bin ich derjenige, der fliegt, oder was? Ich auch. Nein, ich fall runter! Wollt ihr den verkackten Ball? Hab ihn, hab ihn! Und jetzt, run, run, run! Run, Fatboy, run! Run, run, run! Ich bin der goldene Schnatz! Hilf mir, hilf mir, die sind hinter mir, die schweigen! Ich hab keinen Ball! Ja, such dir einen! Okay, okay, ich komme, ich komme! Okay, du musst mich beschützen, Alter. Oh! Schütze! Nein! Ja, der Ball liegt frei! Ah! Töt ihn! Du Kralis bist du! Dich kriege ich. Warte ab. Warte ab, Freund! Hippi, 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 hippi! Wo ist er? Wo ist er? Da! Ah! Oh! Hier, das kann er! Das kann er! Weglaufen! Voll das Redguard-Spiel! Alter! 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 Alter, mein Arm! Das Redguard-Spiel! Weglaufen! Muss gekönnt sein! Okay, ich bin bei dir! Ich bin bei dir! Oh! Oh! Alles klar! Alles klar! Alles klar! Alles klar! Alles klar! Wir hängen sie! Wir hängen sie, Digga! Wir hängen sie! Okay! Jetzt mal hier! Ich drehe hier nach unten, drehe, zack, zack, so, zack, perl, perl! Bisschen freestyle, bisschen hier, bisschen da! Ja, wo ist der Kenny? Da sind irgendwo! Ja, ich versuche hinterherfallen! Hehehe! Zack, 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 zack! Und dann, dann spring ich hier so ein bisschen! Wua! Ich weiß nicht, ob die mich nicht gesehen haben, aber ich bin hier oben! Ne, ne, die sehen ich nicht! Die sind grad beschäftigt! Nein! Ali, sie hat mich! Ali, sie hat mich! Oh! Er hat mich... Schnell, komm raus, komm raus! Der goldene Schnatz liegt da! Der goldene Schnatz! Der goldene Schnatz! Ah! Spieler! 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 Ihr alten Schweine! Jetzt, jetzt, jetzt machen sie wirklich richtig Team, oder was? Tch! Oh, der war ein bisschen zu hoch! Hallo! Seid ihr behindert? Lass mich hier nicht von einer Ecke zweiter laufen! Ich krieg ihn! Ja, aber die machen's ja richtig! Ali, wo bist du? Ich bin hier unten! Ich krieg da unten dabei! Kass ihm ab! Danke! Hab ihn! Wo bist du? Ich bin hier oben! Okay, warte, komm! Ihr fernst! Ja! Komm, hinter dir! Ich komm nicht hinterher! Irgendwer bluckt mich! Hahaha! Ali, geil! Geil! Nein! Selber geschnatzt! Hahaha! Alter! Bist du jetzt grad ein bisschen aggressiv, oder was? Du, weil ich die Verfolger umbringen möchte? Ja! Gummi! Ja, wo bist du? Hier oben! Alles noch cool, alles noch cool! Die haben keinen Ball, die haben keinen Ball hier! Schnatz ihn! Ich knatze sie! Was? 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 Oh Mann! Was war das? Hä? Du warst doch gar nicht... Hä? Du warst doch gar nicht auf mir drauf! Ich raste hier aus! Aber komplett! Kenny! Gib mir den Ball! Ja, genau so! Kenny, gib ihm den Ball! Genau so! Er hatte Schnatz! Was? Ich schnatze! Ich schnatze! Ich schnatze! Oh! Hahaha! Der war knapp, ey! Oh! Oh! Ja! Da drehst du extra nochmal um, ne? Drehsack! Hier müsste man voll nach vorne fahren und dann E drücken! Das ist beste Taktik! Stehenbleiben! Was war denn das? Stehenbleiben! Wo ist der andere? Einer ist unten, einer ist hinter dir! Hinter dir! Sehr gut! Der andere ist in der Mitte! Ah! Ah! Schnatz ihn! Ach guck mir! Du bist doch alte Schlappe! Hahaha! Alter Watz! Hast du das gesehen? Meiner ist nach oben geflogen und einer nach unten! Und dadurch wurde ich gekillt! Das gibt's doch gar nicht! Das glaubte keiner! Du Fotze! Hahaha! Ich krieg ihn! Ich krieg ihn! Ich krieg ihn! Krieg ihn! Hahaha! Ich krieg ihn! Krieg ihn doch! Hä? Ich hab ihn! Oh mein Gott! Kenny hat mir grad den Ball aus der Hand geklaut! Wie geht das denn? Keine Ahnung! Ping? Achso, wenn man voll aufgeladen hat, kann man mit F übrigens den Schlag grad wieder ab... Äh, äh... Hab ich grad getestet! Das funktioniert! In dein Gesicht! Jaaa! Jaaa! Ja genau! Oh, kommt! Noch 30 Sekunden oder was? Nein! Oh! Oh! Der hässliche Mocko! Oh! Bang! 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 Boosia! Hä, hier steht run... Hatt ich ihn? Ne, ich hab den Ball irgendwie weggeworfen... Ja! Na, Baby? Das ist ein bisschen erschrocken, wa? Wo ist er? Ich hab ihn! Ach, du Sau! Oh mein Gott! Alter, das gibt es nicht. Nein! Oh ja, geil! Geschnatzt! Oh! Okay, lass uns den Ball liegen lassen. Wir machen den noch ein bisschen fertig. Was soll denn das, Kenny? Was kuscheln? Du Elinder bist geil. Okay, wir können ihn liegen lassen. Ja, was jetzt? Was jetzt? Hast du die ganze Zeit so ein fettes Grinsen auf den Wangen? Komm, ich nehme ihn wieder, Ende. Aber so ist es halt, wenn wir gegen Loops spielen wollen. Ach so, ich muss schon für das nächste Spiel. Was machen wir noch? Mode. Super Bowl. Deathmatch hatten wir. Score Battle. Get the most trickshot points. Was ist ein Super Bowl? Das haben wir gerade gespielt. Ach so. Grand Prix machen wir mal. Ach scheiße, das geht erst hier nach. Oder Kingpin. One player is a Kingpin and can score trickshots. Okay, Kingpin. Vielleicht spielen die beiden jetzt auch richtig. Müsst doch noch mal abstimmen. Replay, replay, replay. Okay, ich hab ihn. Weg, 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 weg. Nö, 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 nö. Gott sei Dank ist hier die Map nicht so groß. Was aber auch schlecht ist. Boah! Hehehehehe. Hehehehehe. Und? Das ist nicht zu früh stehen geblieben. Hehehe. Kacke. Ja, schön weggeblockt. Ja! Nein! Fall doch nicht runter! Ah! Was? Was soll'n das? Was? 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 Hahahaha! Kenny! Kenny, du bist so behindert! Du bist so behindert! Hahahaha! Ich hasse dich! Oh! Du kannst auch noch die Fresse von deinem Roboter verändern, ne? Du kannst noch dämlicher gucken. Alles klar. Alex? Die machen ernst. Die haben uns die ganze Zeit nur verarscht. Die können wirklich nicht das richtige Ding machen. Oh ja, 41. Oh scheiße! Oh, der hat dann Ball geworfen! Get it! Hinten! Ja! Schild! Ist klar, Junge! Ja! Alles klar! Alles klar! Kacke! Ich reiß euch! Ich reiß euch! Den Arsch auf! Ich habe sowas von! He-Heh-Heh-Heh-Heh-Heh! He-Heh-Heh! Willi, lasst du unsere Kämpfe holen. Alter, war aber was Gutes. Kleines, Kleines. Alter, Kenny killt nur noch mit dem goldenen Schnatz. Ja, was ist denn los, Willi? Was stimmt denn nicht, Willi? Ach, er hat homing, weil... Nein, diesmal nicht. Was? Was stimmt mit ihm denn nicht? Ey, Hill, Willi, ich hatte hier grad ne Diskussion mit Kenny am Raum. Ich lauf ihn! Oh. Du hast ihn weggeschnatzt. Ali, komm! Na! Geli, 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 Geli! Das kann doch nicht wahr sein. Ich hab ihn. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Ich hasse dich so sehr. Gumi, 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 ich brauch jetzt deine Unterstützung. Ach, du hast den Ball, gut. Jaja, ich schnetz ihn grad. Kannst du mal bitte Abstand halten. Oh Mann, ich hasse diesen Kerl so sehr. Das glaub ich, Heiler. Ich schaff es einfach nicht. Ich komm nicht gegen ihn an. Er ist, glaub ich, der Highlander oder so. Oh! Oh! Oh Mann! Oh! Oh! Steh da vorne! Kennst du den Typen mit'n goldenen Schnatz? Hier kennst du den Typen mit'n goldenen Schnatz? Kennst du den? Geil! Oh, das war ziemlich witzig. Oh nein! Oh, wir sind in Führung. Nee, die sind wieder in Führung. Scheiße! Okay, wir hören mit der Scheiße! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Der ist der goldene Schnatz, Junge! Oh Mann! Ich... Kann nicht mehr! Der hat den Schnatz nach mir geworfen! Was ist denn los mit dem? Ey doch, der hat n... Der hat n Homecoming! Der kann nur Homecoming haben. Ja, das ist doch voll Kacke! Ich ziel einfach endlich mal! Wie, ich ziel endlich mal? Was hast du die ganze Zeit gemacht? Ja, aber der Ball kommt immer wieder nach dem... Hau ab! Hau ab! Mach der goldene Schnatz so! Ach so! Was? Der goldene Schnatz kommt immer wieder? Ja! Nein! Doch! Nein, bei mir nicht! Doch, bei mir schon! Du hast n Item! Oh! You got... Was? Du catch den obwohl du festhängst! Was ist denn deinem behinderten Gehirn nicht in Ordnung? Ah! Oh Mann! 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 Halt die Fresse! Du auch! Doppel kill! Los Schnatz, Schnatz, Schnatz! Hau ab Schnazzi! Ich deck dich! Ich deck dich! Ich deck dich! Versteck dich hinter mir! Pass auf! Ich bleib hier stehen! Ah! 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 Oh jetzt werden sie... Jetzt werden sie wieder... Sag schon hier... Gefistet! ...nachlässig! Ah! 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 Schnatzen! Ah! 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 Whoa... Die das gibt es doch... Schön durchverarscht leider olt, schön durchverarst! Ah! Oh guck sie hier an! Adeline! Jetzt geht's auf dich! Die wollen jetzt Schnatz nicht mehr! Ne die wollen jetzt mich! Ja, die haben aufgegeben. Ja, weil die, weil die doch lächerlich sind. Was, was, was? Denkst du, denkst du, ich passe nicht auf, oder was? Hä? Aber ich... Oh, geil! Das sah so schön von hinten aus. Ja, du musst... Ja, von hinten sieht Kenny... Das ist der einzig ertragbare Anblick. Boah, das gibt's ja nicht! Geschnatzt haben wir euch! Geschnatzt! Alter, nein! Du hast ihn nicht weggeschmissen! Du wolltest dich noch spannend machen. Ich hab... Ich hab ihn richtig hart weggeschmissen. Alter, er hat mir ein 9er-Streak kaputt gemacht, der Hund. Hast ihn schon wieder weggeschnatzt, ne? Nee, ich mach... Ich will das zu Ende bringen. Er ist so hässlich. Alter! Wer ist die geilste Sau? Wer ist die geilste Sau? Screenshot Time! Team Rot! 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 Ich weiß gar nicht, was jetzt kommt. Äh, was hatte ich vorhin gesagt? Kingpin! Also immer nur einer kann Punkte machen, nämlich der Kingpin. Und, äh, ich weiß gar nicht. Irgendwo steht dann, you are the Kingpin oder so. Ja, ich war der... Hillbilly ist jetzt der Kingpin. Jetzt muss Hilli getötet werden. Hilli hat, ich glaube, Schüsse, ähm, die man nicht blocken kann oder sowas. Oder dieses, dieses Seal-Ding. Ich weiß es nicht. Ja, 200. Willst du mich verarschen? Ja! Ja, fick dich! Oder gibt's trotzdem Punkte auf, wenn man normal tötet? Ja, es gibt für den Kickpin 200 und für den normalen 100. Ah, leck mich. Kenny ist ne Ruhe. Hat schon mal einer gesagt, dass Kenny ne Ruhe ist? Alter, immer wieder gecatcht. Nicht so netter Mensch. Alter, das ist voll fies, Kenny. Sag sowas nicht. Lass es. Maul wegzufahren! Gummi! Ah! Was denn? Ja, heils Maul. Alles klar. Er ist so behindert. Er ist der Behindertste. Ah, bitte! Also, 1 on 1 möchte ich dich kennenlernen. Das meintest du vorhin, ne? Das Lied hier. Hören wir überhaupt alle das gleiche... Home-Mit-Ball, ja? Home-Mit-Ball, ja? Ist doch schön besorgt. Ja, 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 ja. Du lügst doch. Du lügst doch. Und wenn du lügst... Oh! 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 Oh, du blöde Stimme! Ja, hier! Wir ziehen uns ab. Nein, das sind die Lügen. Was soll denn das? Halt doch mal Abstand! Naja. Kann ich nicht arbeiten. Was, Kenny? Was? Was denn? Da ist ne Stufe im Weg, oder was? Kenny, hä? Was? Was? Du bist die letzte Fotze der Welt! Echt jetzt? Warte, Gummi. Alter. Schießt halt irgendwas. Ich hab so viel Bälle vor mir gehabt, ich dachte, ich baller einfach mal raus. Gummmi, gib mir Ball! Ich werd hier so fertig, weil ich werd so froh gefühlt, Alex. Oh! Er nervt mich so, ne? Oh! Ich treff nichts mehr. Da lieg ich da. Oh! Mit dem ist der Hülle und sich mal gegenläuft. Oh! F*** dich, Kenny! Kenny ist so richtig asozial. Ja. Ja! Der lag der Teamkamerad hat ja. Ey, und der wird's wissen, oder? Ja. Ach Gott, nee. Ey, Gummi, du hast nur drei Kills, mach mal ein bisschen Gas. Ich kenn nix. Ich spinn kaputt in mein Kopf. Oh, ja! Oh, ja! Ja, genau! Genau so! Zap Ballot nochmal. Die ganzen 300 Gramm! Oh, Ball, Ball, Ball! Oh, endlich Gummi! Jetzt töten wir Leute! Oh, yes! Backfire! Ja! Du blödes Arschloch! Hau ab! Hä, wo ist... Ich hab mich verirrt! Ach, da ist er! Oh! Töte ihn! Gummi, weißt du, wenn du Candy tötest, gibt's extra Punkte. Tja! Tja! Oh! Ich bin genau reingelaufen! Ich komm um ne Kurve und da kommt mir so'n scheiß blauer Ball entgegen! Er wollte eigentlich Alex treffen! Was macht der mit? Ach! Ach! Das macht der mit! Ah! Du Drecksack! Du bist so geil! Du bist der Allergeilste! Was? Ja, hast schön dahinter gewartet! Ja, ja! Du kannst doch meinen Namen sehen, oder nicht? Ja, und? Oh, Alter, von der Wand! Einmal würde ich bessern, schon bei Kettler-Grummi! Ja! Oh nein! Ah ja, klar! Gummi ist wieder Kingpin! Gummi kann gar nix! Kendi mach was! Mach doch! Kendi! Kendi es! Ah, das gibt's doch gar nicht! Du musst uns sammeln! Nein! Alter, nice! Nice, sweet fight! Ja! Ricochet! Ja, wir sind wieder auf Platz 1! Wir sind wieder auf Platz 1! Wir sind wieder auf Platz 1! Ultrakill! Ultrakill! Oh, du bist die letzte dumme Sau! Die auf diesem beschissenen Planeten rumrennt! Lass doch mal meine Bälle in der Luft! Das kann ja wohl nicht wahr sein! Ja! Ja! Da gehen sie genau in dem Moment auseinander, oder was? Das kann ja wohl nicht wahr sein! Ja, Kendi, du willst doch nur abfangen! Ja, natürlich! Geh dran! Ha 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 ha! Einfach, ich hab einfach 3 Bälle natürlich auf ihn geworfen! Dumme Sau! Er hat schon wieder das Homecoming! Aufpassen! Wie Homecoming? Ja, guck mal, der kommt doch zurück! Hier Bumerang-Scheiße! Ne, ist das dein Scheiß! Nein! 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 Okay, Gummi, Gummi! Aufrecht hinsetzen! Ich bin der Aufrechteste! Absolut! Oh Gott! Alex! Alex, jetzt mach auch mal was! Ich, ich bemühe mich nicht! Ich steh über dir! Ja, bei dir auf dem Zeugnis steht, er war stets bemüht! Und mehr nicht! Und mehr nicht! Ach, du bist doch eine! Ah ja! Ah ja! 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 100 Punkte noch! Einen Kill! Einen Kill! Ja! Was? Hat kein Punkt gebracht! Yes! Oh, Alter! Ricochet! Hat er sich doch gerade umgebracht! Ah! Reicht, oder? Mir tut so der Arm weh, Alter! Ja! Alter! Ultimates, was? Sacrifice! Das, meine lieben Freunde, war der extrem lange Multiplayer-Test-Part von, äh... Wie heißt das Scheiß-Spiel nochmal? Dodgeball, Robert... Disco Dodgeball! Nee, es hat nur einen anderen Namen, es heißt... Robert Disco Dodgeball! Robert Roller Derby Disco Dodgeball! Yeah! Also von mir gibt es... Einen Daumen hoch! Ja, hab ich auch! Jetzt mal ohne Scheiß! Hammer geiles Spiel! Und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuschauen wie wir beim Spielen! Und kauft es euch noch, äh... Ich glaube jetzt noch eine Woche lang, ähm... Für 2,99€ zu haben! Oder eben, äh... Viererpack für 7,99€, sonst 15€! In diesem Sinne, ich bedanke mich bei GUMMI, bei Kenny und bei Hilly dafür, dass sie mitgemacht haben! Haut rein und bis dahin! Ciao, ciao! Bei GUMMI! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao! Bis zum nächsten Mal.